Wir begreifen uns als ein Team. Wirklich proaktiv mitzugestalten, mitzubestimmen. Ich bestimme mit, weil ich etwas bewegen möchte. Die Zukunft der Mitbestimmung wünsche ich mir, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite sich von Anbeginn auf Augenhöhe treffen. Wo es einen fairen Ausgleich der Interessen gibt, da stellt sich in der Regel auch der wirtschaftliche Erfolg an.